Ohne Schlüssel, ohne Stress. So geht Türen öffnen heute. Dank Multiscan Go. Mit der Funk-Fingerscan-Lösung von Fuhr können Haustüren bequem geöffnet oder autorisierte Personen temporär Zugang erhalten. Ganz einfach per Fingererkennung. Die Funk-Technologie sorgt für eine besonders unkomplizierte Installation und Handhabung. Dazu bietet sie einen zweiten Kanal für eine weitere Anwendung. Die Programmierung erfolgt einfach per Knopfdruck via Masterfunkschlüssel, der sehr einfaches und besonders schnelles Anlernen, Sperren und Löschen der Daten ermöglicht. Die biometrischen Daten von bis zu 50 Fingern können gespeichert werden. Mit der praktischen Gastfingerfunktion sind auch temporäre Zutrittsberechtigungen, zum Beispiel für Handwerker, möglich. Multiscan Go ist mit den derzeit modernsten und sichersten Erkennungsmethoden ausgestattet. Dank hochsicherer Verschlüsselung ist das Verfahren verlässlich sicher und vor Fälschung, Sabotage oder Manipulation geschützt. Die besonders kleine Bauweise eignet sich ideal für den Einsatz im Türflügel bei allen Werkstoffen. Für eine schnelle und unkomplizierte Installation sorgt die Funktechnik. Es ist lediglich eine Stromversorgung nötig, die direkt am Motor erfolgen kann. Multiscan Go ist perfekt mit allen motorischen Mehrfachverriegelungen von Fuhr kombinierbar und gibt dem Schlüssel so den Laufpass.